Heute sind wir in Bamberg im Morse Club. Vorsicht! Ich finde es jedes Mal krass, wenn wir das Leben rausschaffen aus der Natur. Finde ich zu krass oder wie? Wo rum? Unfall. Du, weil man halt so die ganze Zeit so rumsteuert in so einem, ja, Unfallgefahr zum Beispiel. Ja, Unfallgefahr ist hoch, ja. Und die Übernächtigung, ja, und alles. Klopfen wir doch mal auf Holz, dass wieder alles gut geht. Das sind die 27, die sind schon mal überlebt hier. Ja, zum Glück bin ich auch schon 31. Die Oberbayern sprechen ja nicht mal richtig Bayerisch, oder? Spinnst du? Ihr sprecht nicht richtig Bayerisch. Ihr sprecht Österreichisch. Ich starte hier mal einen Barfight. Nick Thiele, die Franzi Ganser hat gesagt, dass Oberbayern nicht mal richtig Bayerisch sprechen, sondern die Niederbayern. Aber ich hab's jetzt nicht verstanden, was ich gemeint hat. Ganz schnell deine Einschätzung zu den Franken, zu den Bambergerischen. Was sind das für Leute? Welche Bayern sind das? Das sind die Bayern, das sind das überhaupt Bayern. Ja, ja, klar. Dann sind's wahrscheinlich Bayern, so wie mir. Das ist der scheitestgeilste Menschen. Niedere Männchen. Nicht so schlimm. Die Niederbayern sind harte Schweine und das sind halt die Weichen von Bayern. Die sind eher weich, gell, die Franken? Nett. Nett und so. Smoothig. Verschmust. Verschmust, gell. Also das sind so die verschmusten Bayern. Kann man so sagen, oder? Wo sind wir überhaupt? In Niederfranken, oder was? Na ja, jeder weiß ja, dass man über die Bamberber sagt. Die Bamberber. Bamberg ist der Aschenbecher Frankens. Das weiß ja jeder. Schicke Kare. Heute Abend im Morph Club. Wir spielen heute Abend im Morph Club. Super Reggae-Band. Ja? Ja. Tonight? Ja, tonight's playing im Morph Club. Das ist so. Ja, das ist gut. Das ist so. Auch einer. Wegen wem seid ihr heute da? Wegen Chamoram. Und wer ist euer Lieblingsmusiker? Mursten. Äh, Schlagzeuger. Jungs, wegen wem seid ihr heute hier? Chamoram. Und wer ist euer Lieblingsmusiker? Äh, von allen Epos. Ja. Lieblingsinstrument? Schlagzeug. Schlagzeug. Ja, definitiv. Schlagzeug, Schlagzeug. Definitiv. Und der Murksen ist heiß, oder? Ja. Auf jeden Fall. Absolut. Ich mag mich selbst. Er hat so eine schöne Stimme. Ja, was ist? Ich spiele nämlich selber was. Und mir gefällt, wie er spielt. Das ist Banduk Bebel und you're watching Jameram TV. Es ist soweit. Fünf Wochen. Kommt schon was aus den Ohren. und Nase. Ja. Es wird geshaft. Jameram! Oh, so geil ist das. Ja. Awesome. Ja. Oh, shit. Ram! AAH! Woher kennst du, warum weißt du so viel über Bamberg? Weil der Jakob hier mal studiert hat. Jakob, Schnützi, Schnützi, Jakob, Jakob. Auf jeden Fall kannst du das Bierdiplom machen. Du kannst hier zwölf Brauereien... Hat er das gemacht? Ich glaub schon, ich hab's nicht gemacht. Auf jeden Fall musst du überall Bier trinken und dann kriegst du einen Stempel und bei der letzten Brauerei wird dir dann das Bierdiplom ausgestellt. Ah, es geht nur darum, dass du in jeder Brauerei ein bisschen Geld da lässt, oder? Ja, und überall ein Bier trinkst. Und dann gescheit speipst. Ja, passt schon, schaut gut aus. Ja, also... Ach so, hilft, oder wie? Ja, hilft, ja... Dann mal herzlichen Dank für eure Treue. Ja, danke. Ja, danke. Ja, danke. Ich danke. Untertitelung des ZDF, 2020